Das ist ja immer ein bisschen komisch bei Twitch, ja, was für alle anderen normal ist. Jetzt steht hier live, dann denke ich mal, bin ich jetzt live da, so. Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon GO. Und es ist immer noch komplett seltsam, weil ich nie weiß, wie ich das ankündigen soll oder sonst was machen, keine Ahnung. Bei YouTube bin ich es ja gewohnt, du erstellst den Stream, du machst ein Thumbnail, du teilst den in den Fanchat und pinst den oben an, alle gehen dann hin, sammeln sich, warten darauf, dass der Stream losgeht. Und hier ist es so, du schreibst den Titel hin, wie der nächste Stream heißt und drückst einfach dann irgendwann auf Start und streamst dann einfach direkt. Aber es ist irgendwie keiner da, der auf einen wartet. Naja, das müsste jetzt auf jeden Fall laufen. Es ist jetzt die erste Raid Mania mit Palkia. Ja, Palkia, was es als Shiny gibt natürlich, das erste Mal, dass man das Shiny fangen kann, ist letzte Woche Freitag, 11 Uhr reingekommen. Ich habe einen Community Raid gemacht, den muss ich aber dann, habe ich Video gemacht, muss ich hochladen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Gleichzeitig möchte ich die erste Raid Mania mitnehmen mit Palkia und natürlich XL-Bomben sammeln. Jetzt weiß ich gar nicht, wieso ich eigentlich das Kangama da unten drin habe. Was schlau wäre, wäre vielleicht mal ein Team zu erstellen, auf das ich dann immer zugreifen kann. Thomas ist auf jeden Fall da, schreibt da, ich packe jetzt hier einfach Plakia, nicht Plakia, Palkia hier rein. Odakon, dich habe ich mir markiert, wir würden aufsteigen zu Hyperfreunde. Bei dir stand auch nichts am Buddy dran oder irgendwas wegen C-Day, deswegen habe ich mir mal eine Markierung dran gemacht und würde dann eigentlich mit öffnen. Habe ich bei den anderen auch gemacht, viele haben natürlich jetzt C-Day dran stehen, C-Day ist ja schon am Wochenende, aber manche steigen auch regelmäßig auf, jeden Mittwoch und zusätzlich C-Day. Was nehme ich denn jetzt hier rein, was haben wir denn Schönes da? Wir haben eigentlich Drachen. Wir nehmen also das, die haben alle Bodenmoves komischerweise, außer das, das hat keinen Bodenmoves. Wir nehmen das mit rein, wir nehmen zwei Dragoran und aber noch ein Bruderlander. So müsste jetzt eigentlich das Team für Plakia stehen. Ich kann auch noch mal ganz kurz zeigen, welche ich jetzt hier also markiert habe. LLL mache ich dann auf dem anderen auf. Hier ist zum Beispiel der Holmes. Steht nichts dran, nur Garados. Wir haben hier DJ Pingping1, InvitePlease, steht nichts dran mit C-Day, deswegen mache ich den dann auch auf. Den Dominik mache ich auf mit seinem 100%. Den Hacker mit seinem 100er Knackrack würde ich aufmachen. Otacon ist hier am Start. Name einfach Punkt, Punkt, Punkt. Warum nicht? Der ist ja schlau. Der hat mega Garados drin. Mit Drachenmoves. Als Angreifer gegen Plakia, Pfeffi würde ich auch aufmachen. Und dann habe ich gesehen, sind noch ein paar drin. Obwohl, das sind nicht so viele. Die würden Stufe 1 erreichen. Hier Illuminator, den würde ich aufmachen. Und der Alomo, wenn der bis heute Abend nichts geschickt hat und nichts geöffnet hat, fliegt der, glaube ich, heute Abend direkt wieder raus. Und ich habe wieder einen Platz frei für jemand anderes. Das Gleiche gilt dann aber auch für Money, wo schon dasteht, vor mehr als zwei Tagen aktiv und auch nichts geschickt hat. Da verschwende ich gar kein Geschenk zum Hinpacken. Illuminator und Nick plus Roman und Vincent. Also diese vier Einer könnte ich dann auch noch aufmachen, wenn ich dran denke. Ist wieder alles kompliziert. Normalerweise wollte ich wieder mit dem iPhone spielen, wie beim letzten Mal. Weil das ja recht flüssig war. Jetzt ist das iPhone aber verhindert. Dann hätte ich erst wieder die iPogo App runterlöschen müssen. Hätte dann jetzt damit spielen müssen, damit ich sie danach wieder drauf mache. Weil morgen ja wieder Rates für Zuschauer ist. Da brauche ich die iPogo App, damit wir euch einladen können. War mir jetzt zu stressig. Deswegen habe ich gedacht, nee komm, lässt du einfach jetzt. Mit deinem normalen Handy brauchst du es auch nicht spielen. Haben wir ja beim letzten Mal gesehen, als ich damit gespielt habe. Wie sich es komplett aufgehangen hat, permanent, weil es überfordert war. Und bin dann ausgewichen auf das iPhone. Jetzt weiche ich nicht aus. Jetzt nehme ich einfach das Samsung. Was meistens, sobald es am Ladekabel ist, trotzdem den Akku entlädt und nicht auffüllt. Schauen wir mal, wie lange es damit gut geht. Wie stark das ruckelt, wie sehr es sich aufhängt oder sonst was. Keine Ahnung. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Ich bin gespannt. So, Otakon, wie gesagt, ist da. Pogen Nick. Hallo, bitte Geschenk aufmachen von Nick, by the way. Danke im Voraus. Ich kann leider nicht mitmachen bei der Raid Mania. Schaue dann gleich. Black Widow. Black Widow. Ist das was vom Marvel-Universum? Die schwarze Witwe, die immer ihre Männer frisst nach der Paarung. Ich warte auf jeden Fall gespannt. Drei Minuten dann auf die erste Einladung. Mach dann wieder zwei Glückseier an. Am Ende gibt es sicherlich wieder einen Abschluss-Raid, beziehungsweise 18 Uhr, 18 Uhr, 18 Uhr. Den hier, 18 Uhr 22, könnte man sicherlich als Abschluss-Raid machen. Alternativ sind die Arenen, wo jetzt noch Raids dran sind, wie auch hier Stadtwappen mit dem Mega-Ampharos. Da geht ja wahrscheinlich dann auch noch ein Fünfer auf. Also es wird sicherlich wieder einen Abschluss-Raid geben heute am Ende, wo dann fünf Leute im Chat eingeladen werden, wenn die mit mir befreundet sind. Anders geht es leider nicht. Ist wieder eine kleine gemütliche Runde, denke ich mal, weil kaum jemand da ist. Manche das immer noch nicht mitgekriegt haben. Margot FedEx, auch vorhin das erste Mal geschrieben im Fan-Chat, hey, was ist da los? Seit einer Woche keine Videos mehr. Hat er nicht mitgekriegt. Gut. Man kann ja leider keinen Community-Beitrag machen bei Mewtwo. Ähm, Mewtwo, bei YouTube. Bei YouTube, sonst hätte ich das geschrieben, damit die Leute wenigstens Bescheid wissen. Nein, es reicht ja eigentlich, wenn sie die Streams und die Videos sperren, hätten sie den Community-Beitrag, also den Community-Bereich offen lassen können, dass man darüber informieren darf. Da legt man ja keine Videos hoch. Da schreibt man eine kleine Nachricht rein, wenn irgendwas ist, aber darf man ja auch nicht, ne? So, Oda-Con, Foxy, Bubsy, Nick, genau, Teufelchen, ja, Marvel, hallo, Ramses, Bäm, ich schau nur zu, ja, kann man, kann ich dich einfach etten. Foxy, du kannst mich jederzeit etten und immer wenn ich dann abends Leute aus meiner Liste rausschmeiß, nehme ich wieder neue Leute an. Wie gesagt, ich habe jetzt zwei Kandidaten, wo ich direkt schon sehe, dass die wahrscheinlich heute Abend rausfliegen und dann würde ich hier drauf gehen und würde von den Anfragen wieder neue Leute annehmen. Zum Beispiel diesen Despo da, habe ich mir gemerkt, den soll ich annehmen, das ist wichtig. Genauso wie hier dieser Bennimon, der ist auch wichtig und wenn ich noch einen Platz finde und weiß, wie du heißt, in-game, ja, dann könnte ich dich auch mit annehmen heute Abend. Geht aber jetzt nicht für die Raid Mania. Ich schmeiße ja jetzt niemanden raus, es kann ja sein, dass 20 Uhr oder so, der sein Geschenk noch öffnet, dann wäre es ja Quatsch, ihn jetzt schon rauszuschmeißen. Also, so ist es dann nicht. Die Leute haben immer den ganzen Tag Zeit, Geschenke zu machen, Geschenke zu öffnen, wenn sie geschickt bekommen haben. Ist ja unterschiedlich, manche kommen jetzt erst heim von der Arbeit oder so, deswegen kann man nicht sagen, ja, ich schmeiße jetzt einfach alle raus. Ne, ich schmeiße dann raus. Wenn ich abends da sitze und das mache. Jetzt ist alles auf, jetzt warte ich natürlich wieder, bis die ersten Einladungen kommen. Ich habe meinen Zettel gar nicht rausgeholt hier, den brauche ich doch auch. Ich muss doch dann hier wieder aufschreiben, wer, wie, was. Genau, ab hier beginnt es dann, wo ich dann wieder mir die Namen notiere, wer es alles reingeschafft hat. Welche Lobby, welche Anfrage durchging, wer alles irgendwie wo was gemacht hat. Es ist ziemlich ruhig. Es gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, das liegt nicht dran, weil ich hier drüben die App auch noch auf hatte, kurz. Jetzt schließe ich die App dort und schon geht es hier direkt weiter. Chef 24 wäre der Erste, der hier steht. Jetzt, wo ich in der Lobby bin. Nein, natürlich ist die Lobby voll. Ach, mein Gott. Das wäre Chef 24 gewesen. Black Z-Affe. Jetzt ist es wieder ein Rätselraten. Wie groß muss die Lobby sein? Wie viele Leute müssen da drin sein? Die ist auch voll. Da packt es mich also auch nicht rein. Lukas Minkus. Ist hoffentlich nicht voll. Da dürfen wir rein. Ich kling schon wie Schilling. 17. Das ist sehr schön. Da lehne ich mich jetzt entspannt zurück. Es ist wieder ein Krampf, hier das Team zu wechseln. Dann schreibt mir den Lukas Minkus gleich auf. Lukas Z. Minkus. So. Wird nachher noch alles sortiert. Natürlich. Wer wann wie wo war. Also Cheffe leider kein Punkt. Black Z-Affe kein Punkt. Lobby war leider voll. Kam ich nicht rein. War ein bisschen zu spät. Ist immer. Keine Ahnung. Ob es bei denen so heftig abgeht. Oder wo auch immer die da rum machen. Jetzt muss ich erstmal hier rein. Bei dem anderen Handy. Auf dem gleichen Account. Und fix die Levelaufstiege durchdrücken. Das heißt hier DJ Ping Ping wird geöffnet. So. Wir haben gleichzeitig Dominik. Der geöffnet wird. Wir haben Hacker. Der geöffnet wird. Wir haben OdaCon. Der geöffnet wird. Wir haben der Holmes. Der geöffnet wird. Dann müsste noch Pfefi da sein. Von den Zweiern. Das ist immer stressig am Anfang natürlich. Wenn ihr hier kämpfen sollt. Und gleichzeitig müsst ihr da die Namen aufschreiben. Gleichzeitig müsst ihr hier die Geschenke aufmachen. Das muss dann auch noch durchfliegen. Jetzt gehe ich kurz raus. Und öffne noch die 3. Die ich gesagt habe. Die Stufe 1 sind. Illuminator. Der geht noch auf. Nick by the way. Dem habe ich es versprochen. Jetzt ist das Vieh gleich tot. Nein. Die Zeit rennt weg. Und den Roman. Roman. Roman Reigns. Ist auch am Start. Ach ne. Vincent. Vincent fehlt auch noch. Auch am Start. Sehr schön. Hier mache ich es wieder zu. Hier drücke ich kurz durch. Der hat einen Punkt. Jetzt muss ich schnell fangen. Mir geht es nämlich jetzt um die XL Bonbons. Das 100er ist theoretisch schon am Start. Wir brauchen nur noch XL Bonbons. Aber dafür haben wir ja 2 Raid Manias Zeit. Verkackt. Pupek. Gleich hier rein. Pupek. Das andere dann wieder anmachen. Wieder die App hochfahren. Haben wir hier was? 30 Sekunden. 7 Leute. Ich starte das mal hier. Hier wische ich rüber. Da ist nichts gestorben. Da können wir kurz beleben. Da können wir hier schnell Pupek reinschreiben. Dann das wieder weghauen. Ungefähr so. 7, 7, 7. 7 passt. Das dauert auch jetzt ein bisschen länger. So lange können wahrscheinlich die geöffneten Geschenke also durchfliegen. Die Anzeige. Ja, jetzt steht es auch da. DJ Pingping genau ist aufgestiegen zum Beispiel. Thomas schaut nur zu. Kann ich dich adden? Ja, kann man. Ich bin Mioify. Den Namen müsste ich mir eigentlich mittlerweile merken. Der taucht auch fast in jedem Stream auf in letzter Zeit. So viele Zuschauer. Keiner traut sich zu schreiben. Wie viele sind es denn? Ich sehe es ja immer nicht. Das finde ich sehr merkwürdig, dass Twitch übelst die Plattform ist. Alles aufs Streamen ausgelegt. Und dann hat das Chat-Pop-Up-Fenster nicht mal, wenigstens einfach nur in der Ecke eine kleine Zahl, wo dann dort steht, wie viele da sind. 13. Hast du nicht gesagt viel? Ja gut, für Twitch-Verhältnisse ist es viel. Ich meine, es hat ja keiner mitgekriegt, dass ich jetzt gerade hier am Stream bin. Immer auf Twitch zwischendurch. Solange wie die Sperre ist. Dann muss man sich damit zufrieden geben. Schmeißt mal hier die ganzen Aufstiege durch. Ich glaube, die sind sogar jetzt schon alle durch. Oder? Ich gucke nochmal nach. Ja, die haben alle einen Punkt. Also ist egal. Dann kann ich das hier nämlich schon wieder ausmachen. Das große Handy kann das weglegen. Man kann mich jetzt ganz hier auf den Chat konzentrieren. Der so ruhig ist wie noch nie. Ich habe auch wieder mein gelbes Licht angemacht, wem das aufgefallen ist hier. So wird man normalerweise aussehen. So sind wir jetzt gelb angeleuchtet. Bisschen goldig unterwegs. Sieht auf jeden Fall gut aus. Master Gossi ist auch am Start. Hat auch gefragt, wann es wieder Raids gibt. Beziehungsweise was wir am Donnerstag raiden. Thomas hat das ja sehr gut gemacht. Wie er da für Scaraborn eingeladen hat. Und ich für Kangama. Deswegen wollten wir das am Donnerstag natürlich auch noch machen. Jetzt wollte am Donnerstag meine Mutter aber auch vorbeikommen. Weil die dachte, das streame ich nicht. Ich dachte auch, ich streame da nicht. Jetzt streame wir plötzlich doch. Jetzt muss ich die eher holen. Wir wollten nämlich morgen. Ich habe letztens hier meinen Schrank ausgeräumt. Da habe ich gesehen, da sind ganz viele so Tütchen drin. Maggi, Fix und sonst was. Keine Ahnung, wer das immer alles kauft. Ich nicht. Und da sind so viele Tütchen drin, die abgelaufen sind. Und Pupsi ekelt sich dann immer davor und sagt, schmeiß die weg. Und dann denke ich, ist doch nur ein halbes Jahr über die Zeit. Da ist doch eh nur Pulver drin. Was soll denn daran schlecht werden? Würde ich vielleicht mit der Mama morgen mal gucken, welche Tütchen das genau sind. Dass wir vielleicht da morgen mal ein Essen draus zaubern. Habe ein bisschen meine Filme hier sortiert. Die Tage. Habe gesehen, dass ich viele Filme einfach doppelt und dreifach habe. Manche habe ich gar nicht mehr gefunden. Obwohl bei Amazon stand, dass ich die bestellt habe. Die wollte ich nämlich neu bestellen. Habe gesehen, die habe ich doch schon bestellt. Sind verschwunden. Also da muss ich auch mal Ordnung reinbringen. Vielleicht mache ich mir eine ganz große Box zurecht und verlos die dann mit random Filmen. Oder ich stelle sie einfach hinterm Haus auf das krasse Sofa, was da steht. Mit einem Schild dran zu verschenken und beobachte das dann mal. Ob irgendwann jemand kommt und die mitnimmt. Ja, das wäre nämlich cool. Also wenn irgendjemand Bock hat auf Filme und so und sie die dann und denkt, wow krass, 10 Millionen DVDs. Bevor ich die alle nämlich bei Ebay reinsetze und versuche bei Ebay irgendwie noch Geld rauszuschlagen, bin ich froh, wenn ich die nicht alle wegschmeißen muss und jemand noch was damit anfangen kann. Was würdet ihr damit machen? Verkaufen, verlosen, wegschmeißen, einfach alles in den gelben Sack und ihn irgendwo verstecken. Fühle mich ein bisschen komisch dabei. Da sind auch ganz viele Arnold Schwarzenegger Filme dabei und Sylvester Stallone Filme, weil ich die hatte. Alt. Und dann bin ich die neu nochmal gekauft. Mit einem anderen Cover drüber. Oder wenn es Remastered ist oder sonst wie. Es gibt keine Gruppe mit dem Code. Schade. Der Jens stand da glaube ich auch dabei. Margot FedEx. Der hat es beim letzten Mal ja auch gar nicht reingeschafft. Jetzt ist er hier. Das freut mich. Habe ich ganz knapp habe ich es noch reingeschafft. Da brennt ja schon wieder die Hütte. Schon wieder 20 Leute am Start. Aber das Handy wieder. Lass mich doch erstmal rüberziehen. Ich schaff's nicht. Lass mich doch rüberziehen. Und jetzt mit dem toten Zeug schnell noch kämpfen. Ein Stück hoch. Mal ein Toppe lieber nehmen. Mal hier ein bisschen heilen. Komm, ein Drang noch. Hey, perfekt. Margot FedEx auch seinen Punkt geholt. Jens hätte einen bekommen. Er war bei 8 Sekunden oder irgendwas. Das wäre sich nicht ausgegangen. Warum steht jetzt hier ein Netzwerkfehler? Nein. Und jetzt ist der Margot FedEx weg. Das ist aber schön. Es gibt keine Gruppe mit diesem Code. Und der nächste lädt wieder ein und ist ganz alleine. Ach, Mann. Tick Sakura. Vielleicht schaffen wir es da noch rein. Tja, ist der Pass jetzt weg oder ist der Pass nicht weg? Ich meine, es wollte gerade das Go vorübergehen und anfangen. Genau da war Fehler. Tja, das heißt, Margot FedEx kriegt doch keinen Punkt. Obwohl er ja nichts dazu kann. Oder kriegt Margot FedEx einen Punkt? Ich schaff's nicht, auf mein Team zu gehen. Ich kann nicht mal mein Team wählen. Oh mein Gott. Weil's nicht ging, einfach nach drüben zu wischen, dass man zum vorher angefertigten Team kommt. Und da tut sich erst nichts. Und dann plötzlich will es das Team beschriften, was da ist. Oder versucht anderes auszuwählen. Also, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Das ist jedes Mal, wenn ich hier sitze im Stream. Theoretisch kann ich den ganzen Tag mit dem Handy spielen. Und es läuft flüssig. Sobald ich den Bildschirm übertrage, hier sitze und jeder zuguckt, da hängt das so dermaßen. Vielleicht ist es, weil zusätzlich dieses A-Power-Mirror an ist. Also dann diese Bildschirm-Übertragungs-App. Margot FedEx mache ich mal hier. Lass ich jetzt mal aus. Weiß ich jetzt nicht, was wir damit machen. Tick X. War das jetzt Sato oder Sakura? Ich weiß es gar nicht. Ich dachte sogar, dass Sato eingeladen hat. Aber eigentlich müsste es Sakura sein. Kann jemand mal zurückspulen und kann mir sagen, ob es Sato oder Sakura war? Und kann mich jemand beraten, was wir mit Margot FedEx machen? Kriegt er den Punkt, weil ich ihn angenommen habe und die Lobby voll war und das gepackt gewesen wäre? Oder kriegt er den Punkt nicht, weil der Yentec einfach einen Netzwerkfehler reinbastelt? Obwohl er alles richtig gemacht hat. Genaya lädt auch gerade ein. Also wenn hier Tick Sakura steht an zweiter Stelle, dann heißt das bestimmt, dass Tick Sakura eingeladen hatte, weil ich glaube, das siehst du in der Lobby immer, der dich eingeladen hat, steht irgendwie immer in der Mitte dort rum. So gefühlt. So gefühlt. Ich denke mal, es war Sakura. Genaya muss ich mir noch aufschreiben. Genaya steht dabei. Das nächste Shiny bekommen gerade Master Gossi. Das ist sehr schön. Glückwunsch natürlich. Ich glaube, ich habe bisher einen Shiny. Ich muss sagen, manche, die machen wirklich 10 Raids und haben da 3 Shinies drin und andere machen 100 Raids und haben einen Shiny. Also es ist wieder mal alles nur eine Glückssache, aber das weiß man ja. Bin ich sonst aber trotzdem anders gewohnt. Also bei anderen habe ich ganz viel Glück gehabt. Da habe ich immer gefühlt, bei jedem fünften Raid kam ein Shiny raus, aber bei Dialga und Palkia jetzt ist übelst die Durststrecke. Da passiert gar nichts. Da kannst du raiden bis zum Umfallen, aber nur bei mir. Andere, die haben ja Glück. Da geht es richtig ab. Das wissen wir ja. Biggie's a Dancer ist am Start. Grüße dich. Was machen wir denn jetzt so mit Margot FedEx? Ich glaube, der ärgert sich, wenn er sieht, ah geil, Ramses in der Lobby und endlich interagieren wir mal wieder. Machen zusammen Raid. Eins Kommandant, eins auch dabei. Zwei Kommandant, zwei auch dabei. Und dann, hä, wir haben gar nicht interagiert. Und ich konnte auch nicht nochmal drauf zu. Normalerweise, wenn der Pass aber reingeflogen wäre und gezählt hätte, dann wäre doch sicherlich diese Lobby noch angezeigt gewesen, mit einer Null hintendran, dass ich dahin zurückkehren kann. Dadurch, dass ich nicht angezeigt war, ist der Pass auch nicht aktiv in dem Raid gewesen. Ich habe also nicht mitgekämpft. Und es hat nicht zum Erfolg geführt. Und dadurch, dass es nicht zum Erfolg geführt hat, ich nicht aktiv mitgekämpft habe, ist es ja nichts gewesen. Auch wenn er nichts dazu kann, trotzdem, ich glaube, wir müssen fairerweise Niantic die Schuld geben, aber den Punkt einbehalten. Ich weiß es nicht. Also, Raid bin ich gerne dabei, wenn es noch Platz hat. Äh, Biggie. Bei Raids für Zuschauer kann gerne jeder mitmachen, der möchte. Da packen wir immer Codes von zwei Accounts hier in den Chat. Die könnt ihr adden und wir laden euch dann ein. Aber, äh, Mittwochs, die Raid Mania läuft ein bisschen anders ab. Da sitze ich theoretisch eine Stunde lang hier und nehme die Raid-Einladungen meiner Freunde an, die unterwegs sind, die gerade raiden, die versuchen, dass ihre Lobby ist, in den Stream schafft, dass wir zusammen da interagieren und machen. Also, da kann man theoretisch nur mitmachen, wenn man mit mir befreundet ist, mich schon in der Liste hat, man selber unterwegs ist und es die Anfrage von demjenigen durchschafft. Da ist es zwei, das Shiny. Deswegen, ich sortiere ja, wie gesagt, regelmäßig aus und nehme immer wieder neue Leute an. Manchmal sind da auch richtig krasse Leute dabei, die das erste Mal in der Raid Mania auftauchen mit einer Einladung und ich dann sehe, alter, krass, die haben ja 15 Mann am Start und noch mehr. Best of Memo, müssen wir uns mal merken. Bevor ich jetzt hier wieder den Namen vermassle, Best of Memo, kann der was? 3, da gehe ich wieder raus, müssen wir uns jetzt hier, Black Sea Affe, da war vorhin die Lobby voll. Das heißt, der müsste an einem entweder beliebten Ort sein oder mit 1000 Leuten unterwegs. Das heißt, er sieht mit 1000... Das sieht aus, wie er jetzt mit 1000 Leuten unterwegs zu sein. Er scheint mit 1000 Leuten unterwegs zu sein, deswegen mache ich es jetzt hier ganz gemütlich, mache ich auf, schreibe mir den Namen hin, habe ich jetzt aber auch nur geschafft, weil ich bei dem anderen, wo wir nur zu dritt waren, direkt wieder raus bin. Deswegen, ihr solltet nur einladen, wenn ihr unterwegs seid mit ein paar Leuten und sowieso gerade raidet. Aber die meisten setzen sich trotzdem hin, machen eine Lobby auf, bei einem Raid, den sie sehen, laden mich ein und hoffen drauf, dass irgendjemand anderes, der auch zufälligerweise eingeladen wird, auch mit reingeht. Deswegen gehst du auf viele Lobbys drauf und dort steht, die Lobby gibt es nicht mehr, weil die einfach dann einladen und wieder rausgehen. Gerade solche Kandidaten, die das halt permanent machen, immer zu, die das System nicht verstehen, die müsste man eigentlich sich mal aufschreiben und vielleicht auch aus der Liste wieder rauspacken. Ich meine, die wollen ja eigentlich nur mit dir zusammen den Raid machen. Und du bestrafst sie dann dafür, weil sie dich einladen, damit sie gekickt werden. Damit die Raidmania wirklich aus Kämpfern besteht, aus starken Lobbys, aus wir prügeln alles nieder. Aber alle anderen haben ja die Möglichkeit, trotzdem in der Raidgruppe zu raiden, bei Raids für Zuschauer zu raiden, sonst was. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber die tun ein bisschen dann die Suppe versalzen. Wenn die zwischendurch immer ihre Anfragen schicken, man schafft es dann nicht, bei Marco FedEx reinzukommen, man schafft es nicht, beim Schilling reinzukommen, weil man zwischendurch die annimmt, die selber gar nicht mehr da sind und rausgehen. Oder das raubt halt leider Zeit. Und gerade in der Raidmania ist die Zeit das, was einem entgegenspielt. Denn es ist nur eine Stunde, in der die auch Punkte verdienen können. Das sollte man schon jeden Raid, den man anklickt, am besten machen. Als wenn ich mich durch fünf verschiedene klicken muss, wo gar nichts geht. Jens hat eingeladen, hat auch einer zu Skaraborn eingeladen. Das Skaraborn in, äh, lassen wir jetzt einfach mal da stehen. Hoffen, dass das hier funktioniert. Handy? Das Handy möchte nicht. Ist Jens noch da? Jens ist auf. Jens mit sieben. Jens, schreiben wir uns auf. Mit einer 3 als E. Dann müssen wir aber wieder heilen. So. Wunderbar. Steht halt immer noch. Die kaputte Lobby ist immer noch da. Mit den Ticks. Da kann ich noch nicht mal durchscrollen, wer da alles da war. Aber Ticks, das sind die meisten E50. Hi, hi, hi. Shiny, Shiny, let's go. Glückwunsch zum Shiny. Durch was siehst du immer die IV-Zahlen? Ähm, ich hab da ein Extra-Programm auf dem Handy, was mir die IV-Zahlen anzeigt. Es gibt diverse IV-Rechner, sagen wir mal, die legal sind. Und dann gibt's welche, die nicht so legal sind. Meistens die, die dir alles auf einen Blick anzeigen, sind die, durch die du auch gebannt werden kannst, weil die auf die Spieldaten zugreifen. Die, die mit Overlays direkt nur arbeiten, sind die, wo du meistens selbst einen Screenshot machen musst, oder erst mal extra auf einen Punkt drücken musst, wie bei Calci IV, die du bedenkenlos nutzen kannst. Wenn du möchtest, dass du im Fangbildschirm schon ungefähr die Werte siehst, dann müsstest du dich mal mit Pogo-Genie oder Calci IV auseinandersetzen. Da gibt's auch solche Funktionen, auch wenn nicht ganz so, wie's da ist. Aber das ist auf jeden Fall, sind zwei Sachen, die man bedenkenlos sich einfach runterladen kann, aus dem Play Store oder halt aus irgendwoher. Je nachdem, was man hat. Ich glaub, Pogo-Genie gibt's natürlich auch im App Store, ist auch für iOS. Aber Calci gibt's, glaub ich, nur für Android. Kann man sich einfach da runterladen, kann man mal testen, ob man mit klarkommt oder nicht. Es gibt viele, die immer noch mit Calci IV ihre Pokémon bewerten und gucken, wie viel IV das hat. Obwohl ja eigentlich die In-Game-Bewertung da ist, die dir selber ja direkt anzeigt, von den Balken her, ist das 15, 14, 13, ist das weniger, ist das gut, ist das schlecht. Und gerade bei diesen Raid-Bosen, die eh alle Level 20 oder 25 ist, weißt du ja eigentlich den 100er Wert. Und je näher du da dran bist, desto besser ist es halt. Und je weiter weg, desto schlechter ist es. Da bräuchte man eigentlich also gar nicht bewerten. Und wenn man einen 98er hat, kann man ja durch die In-Game-Bewertung selber sehen, hat er jetzt 15 Angriff oder halt nicht. Was für ein Zufall. Guck mal, ein 98er mit 15, 15, 14. Aber das hätte man ja auch gesehen an der In-Game-Bewertung. Jetzt habe ich gesehen, Marco Fedex hat nochmal eingeladen. War aber eine andere Arena. Zeit war leider auch wieder zu knapp. Lukas Minkus ist am Start. Kriegt seinen zweiten Punkt für heute. Also, hätte ich es jetzt gegönnt, dem guten Marco Fedex. Obwohl, nö, der hat heute erst mitgekriegt, dass ich gesperrt bin. Das heißt, der hat mich eine Woche lang gar nicht vermisst. Doch er hat mich vermisst, natürlich. Ach, ich weiß es nicht. Ist schwer. Manchmal kann es ja auch sein, der YouTuber ist in Urlaub gefahren und hat einfach vergessen, Bescheid zu sagen, dass er im Urlaub ist und die Woche es keine Videos gibt. Kann man machen. Wäre aber ein bisschen komisch. Aber ich konnte halt nicht Bescheid sagen. Das Einzige, was ich machen konnte, ist immer in der Raid-Gruppe bei Telegram und im Fanschat bei Telegram Bescheid zu sagen. Und immer, wenn ich mal da was gepostet habe, wieder darauf hingewiesen habe, dass das noch gesperrt ist, dass das noch bis dahin geht. In der Hoffnung, wenn man es jeden Tag fünfmal sagt, es irgendwann der Letzte mitgekriegt hat, der wieder jemanden kennt, der es nicht weiß, der dem das sagt, wenn derjenige fragt, hast du gesehen? Ramses lädt gar nichts mehr hoch. Ah ja, ja, nee, nee. Der ist gesperrt, habe ich gelesen. Ich bin doch in der Fangruppe. Habe ich gelesen, habe ich verstanden, habe ich weitergetragen. So verbreiten sich Gerüchte. Was aber kein Gerücht ist, ist halt ein Fakt, sozusagen. Urlaub auf Twitch. Vorhin, als ich Twitch angemacht habe, habe ich einen gesehen, der hat gerade irgendwie Burnout 3 Takedown gestreamt. Und da muss ich sagen, das fand ich eigentlich richtig cool. Also ich habe mir das jetzt nicht großartig angeguckt. Das ist nur in der Vorschau oben kurz gelaufen. Aber ich kenne doch die Zeit von früher, wo es noch kein Pokémon Go gab, wo man noch an der Konsole gesessen hat. Und Burnout Takedown. Ich weiß nicht, ob ihr die Burnout-Spiele kennt. Und gerade die Takedown-Variante, also fand ich so unglaublich genial. Ich habe das so gesuchtet. Und diese Unfälle, die Crashes, die Autorennen, die Geschwindigkeit, das ist für mich eines der genialsten Autorennspiele gewesen. Noch 10.000 Mal besser als Need for Speed und alles andere. Weil das einfach nur mega Fun gemacht hat. Und, keine Ahnung, auch das, was du da freigeschalten hast für Autos und mit was du dann da rumgehüpft bist, gehüpft vor allem. Need for Speed hat sich ja dann eh in diese Tuning-Richtung entwickelt. Burnout war einfach nur dieser Arcade-Action-Racer, der mega Fun gemacht hat. Gab es auch für Playstation 3 dann später eine Version, aber das war wieder so Open-World-mäßig, wo man rumfahren konnte, wie man will. Aber das hat mir irgendwie gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich fande das früher auf der Playstation 2 genial. Dann gab es das für die PSP auch genial. Aber auf Playstation 3 war gut gemeint. War aber irgendwie komisch von der Umsetzung her. Wenn du gar nicht wusstest, wo fährst du jetzt lang oder was machst du jetzt hier und da. Du kannst dieser Raid-Gruppe nicht beitreten. Und das andere waren maximale Fan-Raid-Spieler-Anzahl erreicht. Hier haben wir den Roman. Den Roman Reigns. Der ist auch neu drin. Da sind auch nur drei Leute. Roman, so gewinnst du hier nichts. Jetzt haben wir den Oliver. Schaffen wir es. Beim Oliver rein. Ist auch immer so knapp gegen Ende. Acht Leute, schnell noch rüberwischen. Wie ihr seht, es läuft gerade flüssiger. Das ist gut. Das gefällt mir. Hier ist auch nichts tot. Oliver kriegt einen Punkt nach Jens mit einer 3 als E. Kommt Oliver mit einer 7. Als, ja was soll denn das sein? Als I? Ne. Ach Oliver, wie wirst du denn wieder geschrieben? Oliver. Ich muss mir den Namen nachher eh alle extra nochmal raussuchen. Bei mir auf der... In meinem Account. Ich schreibe mir immer irgendwas hin. Dann kann ich es kaum noch lesen. Aber ich weiß ungefähr, wer gemeint ist. Black Sea-Affe. Lukas Minkus hat Buford Uchiha drei Punkte gemacht. Lukas Minkus hat einen Punkt gemacht. Hat aber heute auch zwei gemacht. Das heißt, Lukas und Buford sind jetzt beide bei drei Punkten. Wenn Marc niemals Schnitzelmann oder T-Keks-Lord einmachen, haben die auch drei Punkte. Vielleicht sehen wir noch was von Buford. Vielleicht sehen wir weiterhin nochmal was von Lukas oder wir sehen jemand ganz anderes. Margot Feddex war beim letzten Mal nicht dabei, war ja auch nicht dabei. Aber Margot Feddex hat auch schon mal gewonnen. Das ganze Ding mit. Das bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Habe ich das jetzt aufgeschrieben? Ja, natürlich habe ich das aufgeschrieben. Ich weiß schon gar nicht, von wem ich mich jetzt angenommen habe. Das ist ungewohnt, wenn nichts los ist. Da kommt man viel leichter aus... Da verliert man viel schneller die Konzentration. Sagen wir das mal so. 22,59. Okay. Ich glaube, das beste Palkia vom letzten Mal, also als es das erste Mal da war, war ein 96er. Jetzt habe ich ein 100er und ein 98er. Das heißt, ich bin zweimal besser. Bin auch wieder auf dieser komischen Übersichtsseite gelandet. Ich habe jetzt hier ein 91er. 90er. So. Wen haben wir noch? Margot Feddex. Ah. Aber Margot Feddex steht als Zweites. Und hier ist der Mann mit den komischen vielen Buchstaben, der auch schon auf der Liste ist. Wenn es bei ihm nicht klappt, habe ich noch Marco. Es gibt keine Gruppe mit dem Code. Marco, schnell. Noch neun Sekunden. Wird das was? Theoretisch müsste es noch passen. Es hat gepasst. Ich bin noch drin. Jetzt aber. Und 20 Leute. Ich war der Allerletzte. Du bist das Allerletzte. Ja. Jetzt sind hier natürlich alle tot. Ich konnte sogar drei beleben. Das heißt, Margot Feddex kriegt trotzdem jetzt verdient seinen Punkt. Ich kann. Ich habe den noch nicht gelöscht. Es steht noch hier unten drin. Ich nehme das wieder zurück. Oliver hat mal eben genau. Margot Feddex jetzt auch seinen Punkt. Herrlich. Gleich wieder interagiert. Gleich wieder mit Kommandant 1 und 2 interagiert. Auch starke Lobby jedes Mal. Also Margot Feddex auf jeden Fall, den man auch bei Beste Freunde behalten muss. Ja. Da kristallisieren sich immer so ein paar Spezialisten hinaus, mit denen man einfach gerne befreundet ist. Auch wenn man die gar nicht persönlich kennt und so weiter, weiß ich, wenn mal wieder ein cooles Pokémon ist und ich sehe, der hat mir eine Einladung geschickt, in der Woche einfach so. Ich kann mich darauf verlassen, wenn ich die annehme und in den Raid gehe, dass der Raid stattfindet und dass das gut abgeht. Habe ich bei vielen anderen nicht. Die schicken den ganzen Tag Einladungen. Du gehst rein und die sind alleine. Nicht nur in der Raid Mania. Die machen das halt wirklich von früh bis abends. Die schicken die ganze Zeit eine Raid Einladung, sobald sie den Raid sehen, obwohl sie ganz alleine sind. Aber egal. Margot Feddex, Punkt. Da können wir auch jetzt nicht nachgucken hier, ob wir irgendwo auf der Liste rumfliegen. 6, also 87. Hui. Warum curve ich eigentlich? Kann mir das mal jemand verraten? Die Hälfte der Zeit ist auf jeden Fall um. Eine halbe Stunde ist noch, um Punkte zu holen. Lu, 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 I, Luigi, Sarada. Das ist, es ist halt doof, dass es die anderen Leute nicht anzeigt. Seitdem das vorhin bei der ein Lobby gehangen hat, zeigt es das jetzt immer fehlerhaft an. So, wie heißt der jetzt? Steht der jetzt schon drinnen hier oben irgendwo? Lu, Lu, Lu? Ne, sehe ich nicht. Muss ich mir neu aufschreiben. Lu, I, G. Der heißt nicht, Luigi. Luigi, Sarada. Lu, Lu, Gio. Lu, Gia. Lu, Gia, Sarada. Hm. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Monsieur Sarada bekommt einen Punkt. Ich habe mich mal mit meinem Freund, mit einem Freund unterhalten wegen Rayquaza und er so, wie viele Pässe willst du ausgeben? Ich? Ja. Rayquaza fand ich fand ich eigentlich übelst gemein. Rayquaza damals in die Raids, Rayquaza wieder in die Raids und dann führen sie irgendwann die XL Bonbons ein. Du denkst, geil, du hast 200er. Wenn Rayquaza wiederkommt, machst du entspannter deine Raids mit Rayquaza. Gönnst dir die XL Bonbons. Was machen sie? Haben Rayquaza dann nur kurz zurückgebracht übers Wochenende für zwei oder drei Tage. Wir saßen hier, haben genau an diesem Wochenende Raids für Zuschauer gemacht und ich habe mich für jeden Raid mit eingeladen, um an diesem Wochenende die 100 Raids zu machen und die 300 XL Bonbons zu bekommen. Klar, letztens war Rayquaza wieder da im Zuge des Go-Festes, wo alle Pokémon da waren, aber du konntest halt nicht effektiv ein bestimmtes Pokémon raiden, raiden, raiden. Denn das ist so viel an den Arenen aufgetaucht, zusätzlich auch die Einer- und Dreier-Raids. Dann im Fünfer waren so viele andere drin. Gerade wenn du ein Bestimmtes machen wolltest und hast dann nur gesehen, aha, es ist nicht da, alles andere ist da, aber das, was ich möchte, ist nicht da. War das schon ein bisschen enttäuschend. Da hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Zumindest hätten sie wenigstens die Stufe 1- und Dreier-Raids abgeschalten, dass es wirklich an dem Tag nur die Fünfer gibt, wenn die sowieso nur eine Stunde da sind. Wir haben so viele Arenen hier und wir hatten schon Probleme, das Pokémon zu finden, was wir eigentlich raiden wollten. Was machen dann die Leute, die nur zwei, drei Arenen vor der Tür haben? Mike Zocker! So, kann der was? Mike Zocker ist 4, das ist mir zu suspekt, weil ich sehe die Level nicht und nix. Hier haben wir wieder diesen Glurak-Dings, der vorhin keine Lobby mehr hatte. Jetzt auch wieder nicht. Okay, den, da drücke ich jetzt nicht mehr drauf, den nehme ich jetzt nicht mehr an. Wir haben Lennart, weil das ist, das hat bisher noch nicht einmal gepasst bei ihm. Das heißt, er hat sich weder mit anderen verabredet, noch ist er unterwegs, noch nutzt er die Raid-Gruppe und hat einen Platz frei. Er lädt einfach nur zum Spaß die ganze Zeit so ein. Lennart sind auch nur vier, ich müsste noch heilen, das ist ein bisschen wenig. Schilling, drei nehmen wir mal, weil die Hamburger Truller war jetzt auch nur noch zehn Sekunden. Ich brauche aber kurz noch Zeit, ich muss noch was heilen. Das sind auch nur drei, was ist denn los hier? Jonas! Nee, Jason meine ich. Ist das jetzt Jason? Jason aus Elm, nicht Jonas. Das müsste eigentlich der Selal sein. Das sind zehn, hier kann ich auch heilen. Ihr seht, das ist immer hier übelst die Action. Jason! Aus Elm, a.k.a. Selal. Wenn ihr den Selal kennt, wer kennt ihn nicht? Nicht, ich nicht. Also ich kenne ihn. So ein Schwan. Selal auf jeden Fall, gute Sache. Ja, das stimmt. Habe mir die Legendären holen können, die ich noch nicht hatte beim Event. Ich meine, wenn man, wenn man, wenn man sieht, es ist die Windstunde und das sind jetzt, sagen wir mal, acht verschiedene Pokémon drin und ich habe sechs Stück davon und zwei andere brauche ich noch für den Pokédex und die zwei wenigstens einmal in dieser eine Stunde vors Gesicht zu kriegen und zu raiden, war okay, war optimal. Konnte man machen. Gerade wenn man sieht, ah, man wird auch eingeladen von jemandem, der lädt für das ein, was ich noch brauche, nehme ich das halt an, muss ich nicht dahinter laufen, aber bin trotzdem auf dem Weg nach dahinten, weil da das ist, was ich noch brauche. Sich einfach den einen Raid Pokédex Eintrag zu holen, war das optimal für jeden, der immer alles verpasst hat die ganze Zeit oder der ein was noch gebraucht hat, konnte der das machen, aber für jemanden, der gesagt hat, oh, da ist eine Stunde, da ist Kyokre drin, ich werde nur Kyokre Raids machen in der Stunde, ich werde so viel Kyokre Raids machen, dass ich tot umfalle und dann fängt die Stunde an, du guckst, hm, da sitzt alles mögliche außer Kyokre. Oh, da hinten an der Kirche ist jetzt ein Kyokre aufgegangen, jetzt musst du da hinlaufen, möchtest du dort bis ist das Kyokre weg, weil es halt nur 15 Minuten saß, du aber, 20 Minuten brauchst, um da hinzukommen, weil es am anderen Ende der Stadt war, dann gehen wieder neue auf, also gezielt eins komplett zu suchten, zu suchten, ging halt einfach überhaupt nicht. Es war wirklich wahrscheinlich nur so als kleines Schmangerl, dass alles mal reinbringen, dass sich jeder aussuchen kann, was einem noch gefehlt hat, zum vervollständigen, aber so richtig auf Bom-Bom-Jagd gehen, war es eben leider nicht. so, noch 25 Minuten, Kyokre-Jagd ist auch am Start mit roter Schrift, 20.000 und das Handy brennt mir schon wieder hier, jetzt stand es auch wieder da, Jason, genau, nicht Jonas, Jason, Jonas ist was anderes. Digga, guck nicht so, mit deinem, wie soll das eigentlich so einen kleinen Kopf, das hat so dicke Beine und so einen kleinen Kopf, ja. Sieht immer total komisch aus. Buff, oh, der Buffard ist am Start, das muss aber nichts heißen. Der Buffard war nämlich schon öfters am Start, hat es aber nicht immer geschafft, eine Lobby hinzukriegen. Jetzt bin ich mal gespannt. Drei, tja, das wäre die Führung gewesen, weiterhin, aber mit drei Leuten wäre das nicht Lennart, Lennart hat eben auch, aber war zu wenig, wie sieht es jetzt aus? Lennart, vier, ist mir immer noch zu wenig. Black Sea, Affe, ganz fix versuchen, bei dem hat es ja vorhin gepasst. Da kommen wir noch rein, da sind auch Leute, also Black Sea, Affe, holt sich hier weiter einen Punkt. Es ist aber auch spannend heute, vor allem mal viele Leute, die man sonst gar nicht dabei hat oder die es sonst gar nicht durchschaffen und jetzt durchkommen. Lukas Minkus zum Beispiel, wer an die anfänglichen Raid Manias denkt oder so, kennt den Namen gar nicht. Jason aus Elm ist, meiner Meinung nach, das allererste Mal in der Raid Mania dabei. Mit dem bin ich zwar schon ewig lange befreundet, aber ich glaube, der hat es noch nie geschafft, eine Anfrage, also der hat es noch nie geschafft, dass eine Anfrage durchkommt und konnte noch nie mitmachen. Black Sea, Affe. Ich glaube, ist auch das erste Mal dabei und hat trotzdem zwei Punkte bekommen. Lockhechp19, bitte ich. Was bitte ich? Hast du mir etwa was geschickt? Bist du gerade am Raiden mit deinen Homies unterwegs und du von unterwegs den Stream gucken und schreibst hier rein, ich soll deine Anfrage annehmen für den Raid, weil die Lobby gerade auf ist? Da bin ich ja jetzt eh schon in einem Kampf und dann schaffe ich es eh nicht mehr rein. Und ich selber lade ja keinen ein. Bei der Raid Mania zumindest. Ihr könnt natürlich aber Freundschaftsanfragen schicken. Also wer mich kennt von YouTube, der weiß ja, wo der Trainercode ist. Und wenn ihr Glück habt und seid dann nächste Woche, bis nächste Woche in der Liste, dann könnt ihr natürlich nächste Woche mitmachen. Man hat immer theoretisch eine Woche Zeit, um in die Liste zu kommen. Also wenn man jetzt ganz neu darauf aufmerksam wird, auf den Kanal, auf irgendwas, obwohl ich ja nur gerade ausweiche auf Twitch und normalerweise nicht auf Twitch bin. Ha, beim Buffer, das wird heute wahrscheinlich trotzdem nix. Schnitzelman007. Da ist auf jeden Fall noch ganz viel Zeit übrig. Ich hoffe nur, da sind auch Leute am Start. Komm, wir nutzen mal kurz die Zeit und heilen nochmal. Vielleicht füllt sich das ja noch ein bisschen, aber das sieht auch so aus, wie er lädt halt einfach ein in der Hoffnung, dass welche reingehen. Denn wenn die alle vor Ort stehen würden, dann wäre ich ja nicht einer, da wäre ich ja nicht einer der Ersten, der da reingeht, oder? Vielleicht sind die auch zu zweit unterwegs und jeder lädt einfach fünf ein und dann sehen die Leute, aha, und dann kommt das nach und nach noch so zusammen. Ich verstehe die Taktik nicht, weil eigentlich müssten ja die, die vor Ort reingehen, schon alle drin sein und der Eingeladene noch nachrutschen. Aber ich als Eingeladener komme als einer der Ersten rein. Das heißt, alle anderen, die dann kamen, sind auch nur eingeladen. Schnitzelmann 007. So. Ich glaube, Schnitzelmann 007 war, glaube ich, auch der aus der Meininger Ecke. Ich habe nämlich zwei Schnitzelmänner drin. Ich habe den Schnitzelmann 007 und ich glaube, ich habe den Schnitzelmann 91. 007, das dürfte der nette Herr sein mit seinem lustigen User-Bild, den ich gleich ins Herz geschlossen habe. Der sieht aus wie ein Schnitzelmann. Und den anderen, den kenne ich ja nicht. Beim anderen weiß ich nicht, wie der aussieht. Deswegen, keine Ahnung, Schnitzelmänner sind immer gut. Schnitzelmann, Schnitzelmann. Übrigens habe ich heute einen richtig fetten Tag gehabt. Ja, ich habe zum Frühstück heute eine Packung Curry King Extra Schaf gegessen und zum Abendbrot habe ich eine Packung Curry King Extra Schaf gegessen. Die hat Pupsi nämlich irgendwann mal gekauft, hat sie im Kühlschrank. Die stand da jetzt so ein halbes Jahr im Kühlschrank. Da habe ich gedacht, naja komm, du musst eh alles, was im Kühlschrank ist, irgendwie vernichten, weil Pupsi immer wieder neue Sachen kauft. Also machst du heute einen Curry King Extra Schaf Tag. Schaf war es halt nicht, aber ist ja egal. Das muss ja auch ein normaler Mensch essen können, da können sie ja nicht überall Carolina Reaper draufknallen. Genaya am Start und macht einen, was ist denn das, ein Hase? Ach, das ist hier, das ist hier der Starter, von der Generation 80. Das ist auch, der war auch bei den Pokémon McDonald's Karten mit drauf, aber ihr wisst ja genau, ich kenne nur Generation 1, ansonsten kenne ich gar nichts. also, da könnt ihr mich jagen, von der 8. Generation, wer hätte es gedacht, jetzt wo auch die Legendären der 8. Generation reinkommen, in die Raids, nach Palkia, das plötzliche Starter rumfliegen, aus der 8. Generation, Fußball Bro ist auch am Start, ich hoffe, der hat heute wieder Fußball gespielt und ist seinem Namen gerecht geworden. im Gegensatz zu den Kindern vorm Fenster, in letzter Zeit ist es ziemlich ruhig, ich hoffe, denen geht es gut. Normalerweise haben die auch den ganzen Tag Fußball gespielt und haben immer gegen die Wände geschossen und gegen die Ladenfenster, also gegen die Schaufenster und alles, aber irgendwie ist es in letzter Zeit ziemlich ruhig, als wären alle Kinder plötzlich weg. Vielleicht kam der Rattenfänger von Hameln, wurde nicht bezahlt und hat einfach alle Kinder mitgenommen, mitgenommen. So, wen haben wir hier? Leonard Nix, Jason ist abgelaufen, Zarmob, Zarmob, Netzwerkfehler, Zarmob, ah Mann, Zarmob und er schliebt sich wieder hoch. Zarmob weiß ich auch nicht, was mich erwartet. Wir gucken aber mal, es gibt keine Gruppe mit dem Code. Gut, Zarmob hat sich auch erledigt. King Andy Amazing und Mike Zogger, gucken wir mal bei Mike Zogger, ob, ne, warte mal, Mike Zogger hat vorhin auch schon nicht geklappt. Wie viel hat er? Fünf? Ich weiß nicht, wer das ist und wie viele Leute da jetzt drin sind. Salve! Ich hab's einmal gehabt in der Raid Media, da ist alles verkackt gewesen. Ich möchte das bitte nicht nochmal Salve! So, da ist gerade noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich kann ganz kurz erst mal mein Zeug heilen und vielleicht kommt ja noch ein Sechster hinzu zur Sicherheit. Sonst könnte man denken, wieso bist du bei dem anderen raus bei fünf? Und bei ihm bei fünf bleibst du drin. Da war aber mehr Zeit. Ich hab schon geheilt und kann jetzt in Ruhe gucken und sehe, dass da jetzt auch ein Sechster hinzukommt. Salve! War auch wieder komisch geschrieben. S... Ah! Ach, ich schreibe einfach Salve auf. Da waren aber auch wieder lauter Zahlen. Irgendwas drin, muss ich mir nachher wieder reinziehen. Wie der im Endeffekt wirklich heißt. Ich hoffe, die bleiben drin. Haltet zusammen, Jungs! Geht Nisch raus! Lasst mich nicht alleine sterben! Denkt dran, Drachen ist gut gegen Drachen! Es war erst Event, wo es ganz viel Kindwurm gab, wo es ganz viel Dratini gab. Also ihr müsstet alle hier schön Bruder Landa und Dragoran am Start haben. Wenn ihr Dialga gefangen habt, dann könntet ihr auch mit Dialga kämpfen. Oder wenn ihr euch ein paar Requaza aus dem Beutel gezogen habt, das würde auch gehen. Ich finde das auch immer blöd, wenn man die Lobby nicht sieht. Ich meine, im Normalfall könnte man ja nach dem Raid einfach das Spiel neu starten und dann wäre ja wieder alles super. Aber ich habe ja gar nicht die Zeit, ich habe ja meistens nicht mal die Zeit überhaupt zu heilen. Also habe ich auch nicht die Zeit, die App und alles neu zu starten, dass ich das dann wieder sehe. Ja, wie wird denn der Hase heißen? Hoppla! Hä? Hoppla! Warte, 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 warte. Starter Gen 8 Hase Hopplo! Aha! Hopplo! Nicht hoppla, sondern hopplo! Also das ist ja... Du musst die Namen gar nicht kennen, die Namen, die leiten sich schon einfach von alleine ab. Und dass man bei einem Hasen auf Hoppla kommt oder Hoppl und der Hopplo heißt, das ist ja jetzt... Das ist total genial. Da freue ich mich ja richtig. Ich glaube, der Adi ist traurig, weil ich gestern das Ganze süße und das Ganze zu naschen versteckt habe. Jetzt kann er nicht mehr auf den Schrank klettern und kann die ganzen Tüten aufreißen, weil keine Tüten mehr da sind. Deswegen sitzt er traurig am Fenster und guckt. Vielleicht wartet er auch aber nur auf den Mann mit dem Fahrrad, der schon wieder den ganzen Tag in der Stadt unterwegs war. Frühens die letzten Tage und heute auch kommt immer ein Mann gefahren mit dem Fahrrad und singt richtig lautstark und richtig schön aus voller Kehle, aus vollem Leib. Und dann gehe ich immer zum Fenster, mache das Fenster auf und hänge mich raus und gucke und dann sehe ich nur noch von hinten wie er mit seinem Fahrrad die Marktstraße hochfährt und du siehst aus den Geschäften wie die Leute rauskommen und stellen sich hin zwei, drei, vier und alle gucken raus und gucken hinterher und freuen sich und lachen und ah, was ist das denn für einer? Also, der ist auf jeden Fall richtig gut drauf. Es gibt viele Idioten, die rumrennen und scheiße machen und wo die Leute hinterher gucken und denken, was ist das für ein Freak? Aber der fällt einfach auf durch seine positive Art, positive Energie durch dieses Schöne, der hat einfach eine richtig geile Stimme, also was muss man dazu sagen? Salve hat einen Eins-Form-Namen, sehe ich gerade. Das ist wichtig, das muss ich mir aufschreiben, sonst finde ich den gar nicht mehr. So, 13 Minuten, da geht es nochmal um die Wurst. Schade, dass der Buford heute keine starke Lobby hat, der hätte sonst seinen Vorstand hier ausgebaut. Margo FedEx. Ah, jetzt muss man einen Pass kaufen, jetzt schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Den Buford haben wir zweimal probiert, dagegen nix. Hier ist die Red Lobby-Zeit auch abgelaufen. Buford, Tixakura, 11 Sekunden, diesmal müssen wir aber keinen Pass kaufen, das heißt, wir könnten es also noch reinschaffen. Ne, da sind wieder die maximalen Fanrate-Spieler drin und Raven, aber Raven ist auch weg. I'm Asia-Tick, 36 Sekunden, der kommt jetzt erst an und hat nur noch 36 Sekunden drauf. Hat der so spät geschickt oder was? Passt aber, Leute sind am Start, geheilt es auch ein Asiatik und hier bei Salve noch eine Eins davor. Das wäre so schön, wenn wir das gerade auf YouTube streamen könnten, dürften, müssten, hätten. Ich weiß eh nicht, wie ich das mache. Da müsste ich nächste Woche Mittwoch die Raid am Mittwoch Folge von Woche 1 hochladen, von Woche 2 hochladen und die aktuelle hochladen. Also das heißt, am Mittwoch gibt es dann drei Folgen Raid am Mittwoch und drei Folgen Raid Mania. Nämlich die Dialga Raid Mania, die Palkia Raid Mania von jetzt hier heute und dann die aktuelle Abends. Das heißt, das sind drei Streams und drei Videos. Da müssen andere Sachen erstmal kurz wegbleiben, da kann ich nicht zwischendurch noch eine Ramses Kitchen Folge hin quetschen. Für Dienstag hätte ich gedacht, lade ich vielleicht den Community Raid hoch mit Palkia und Montag wäre es gut, erstmal die Infos, die alle da sind, zu verarbeiten. Also gerade das mit dem Hyperbonus Teil 3, also so wäre dann ungefähr der Ablauf. Sobald Montag das frei ist, auch erstmal Hyperbonus Teil 3 ankündigen, mir selber erstmal anschauen, was da wirklich alles ist, weil ich habe bisher die News selber noch gar nicht gelesen. Ich habe nur eine Grafik gesehen, die jemand irgendwo geteilt hat. Ich selber habe mir dazu aber gar nichts durchgelesen. Also muss ich dann machen, mache ich darüber Video Montag über das ganze News Zeug. Dienstag lade ich den Community Raid hoch, den ich am Freitag gemacht habe. Abends ist ja wieder Spotlight, vielleicht machen wir da auf YouTube auch nochmal Scaraborn Raids oder Kangama Raids. Weil die Spotlight Stunde an sich, da kommt dann das andere Schalell aus, das wird ein paar Leute interessieren, aber an sich ist das ja, ihr macht ja mit dem Pokémon nichts. Fängst es zwei, drei Stück, dann kannst es entwickeln und dann war es da. Scheine gibt es auch nicht, also so wichtig ist das nicht. Da würde ich lieber wieder raiden. Mittwoch, Donnerstag, was machen wir Donnerstag? Ja, da muss ich auf jeden Fall erstmal die anderen Sachen hochladen, alles was jetzt. Ey, es ist so viel, Donnerstag habe ich noch einen Termin. einen Termin beim Arbeitsamt, ja, mit der Frau Töpfer, der Frau End, weil es ja hieß, dass wir da uns nochmal zusammensetzen wollen, wegen dieser Selbstständigkeit. Jetzt habe ich gesagt, ob wir den Termin nicht diese Woche machen können, eine Woche eher oder so, weil ich habe eh nichts zu tun, ich sitze rum, aber dann, wenn es frei ist, da habe ich wieder 24 Stunden zu tun. Da habe ich eigentlich nicht die Zeit, mich irgendwo hinzusetzen und Zeit tot zu sitzen, aber die stellen sich das halt alles anders vor, die denken halt, ja gut, er sitzt eh von früh bis abends zu Hause, trinkt Bier und guckt RTL 2 und ansonsten macht er ja nichts, aber eigentlich ist man gut beschäftigt, nur momentan habe ich so viel Zeit, dass ich sogar die Playstation 4 mal angemacht habe und Wrestling gezockt habe, weil es sich nicht lohnt, jeden Tag 20 Videos zu machen, die man nicht hochladen kann. Es tun sich ja durch Raid am Mittwoch trotzdem Videos ansammeln, und durch die Streams hier, aber alles andere brauche ich jetzt nicht aufnehmen, sonst habe ich gar keinen Durchblick mehr, vor allem wenn man dann was erzählt, was schon 10 Jahre her ist oder auf einem Stand ist von vor 10 Jahren und dabei ist aktuell es ganz anders. Deswegen ist es immer gut, wenn man Videos aktuell aufnimmt, dass man immer einen aktuellen Stand hat, über den man reden kann, wenn sich irgendwann mal was ändert, irgendwo ja, komm her, come in and find out noch 8 Minuten, Margo FedEx, jetzt aber, komm her du, Chevy hat auch eingeladen unten drunter, aber kann natürlich sein, dass bei Margo zu viele Leute drin sind, nee, das geht sich aus, Chevy Art wäre auch schön gewesen, mal wieder zusammen einen Raid zu machen, aber ich darf mir das leider nicht aussuchen, es wäre an sich natürlich schlauer zu sagen, Margo FedEx, mit dem habe ich heute schon einen Raid gemacht, wir haben schon interagiert, also mache ich lieber jetzt Chevy, damit ich mit dem auch interagiere, aber egal, wen ich kenne und wen ich nicht kenne und wen ich mag und mit wem ich interagiert habe, ich muss die Reihenfolge einbehalten, so wie sie sind, muss ich sie andrücken, auch wenn ich schon weiß, dass es nichts wird, wie bei manch anderen, was wollte ich jetzt machen, Margo FedEx, dann muss ich hier, wo steht er denn, mal zwei hinschreiben, Ramses, muss der Kreis so klein wie möglich sein, da reicht ein einfach fabelhaft, einfach fabelhaft ist einfach fabelhaft, sobald der Kreis, sobald einfach fabelhaft dasteht beim Schießen, dann weißt du, du brauchst nicht kleiner machen, das ist bei jedem Pokémon ja unterschiedlich, bei manchen ist der Kreis, sagen wir mal, so groß, es ist einfach fabelhaft, bei anderen ist er so groß und es ist nur großartig, bei manchen musst du den Kreis so klein machen, dass es einfach fabelhaft wird, ich finde, Palker hat eigentlich einen relativ großen Kreis, weil der so riesengroß ist, ist er selbst bei einfach fabelhaft immer noch groß, aber es zählt schon als einfach fabelhaft, deswegen, ich finde, zum Werfen ist der eigentlich richtig gut, du kannst den gut werfen, du kannst den gut treffen, das ist immer, wenn ich den Community Raid mache, stehe ich ja da und zeige das erste Mal, wie man den Kreis einstellt und wie man wirft und ob der weit hinten sitzt, ob der weit vorne sitzt, das ist dann für mich auch immer wieder ganz neu rein fuchsen, weil jeder Raid Boss anders sitzt und einen anderen Kreis hat, aber gerade dieses Einstellen und dann beim Angriff werfen und so weiter, sollte man eigentlich immer machen, wenn man sicher gehen will, dass das Teil drin bleibt, Yasin, Yasinabi, so, sechs Minuten, sind bestimmt noch mindestens zwei Raids drin, glaube ich, drin, weg, fünf Minuten, Schilling drei, der Schilling hat auch schon mal die Raid Mania gewonnen, wundert mich deswegen jetzt, wenn er einlädt, dass er immer nur so mit drei Accounts drin ist, oh, jetzt ist er mit acht drin, Schilling drei ist, glaube ich, auch eben ein relativ junger Zuschauer, der Hans Werner, der dann immer mit seinen Eltern zusammen raided, aber wo waren die vorhin, oder waren das die Eltern und Ehren, deswegen waren es drei, jetzt sind es acht, weil jetzt haben sie ihre Homies alle alarmiert, damit er noch was abgeht, freut mich aber trotzdem, dass er es auch jetzt hier reingeschafft hat, hat wie gesagt schon mal die Raid Mania gewonnen und er wollte unbedingt, dass das Shiny Kaumalad das Maskottchen wird für den ganzen Monat Juli genau der hat im Juni gewonnen und für Juli bestimmt, dass das Kaumalad das Maskottchen wird im Juli hat unter anderem der Thomas gewonnen, also Mission Moonlight deswegen haben wir dieses Anton jetzt immer hier im Hintergrund weil das Anton ist das Maskottchen was der Thomas gewählt hat für alle die das immer noch nicht wissen wieso ein Anton sitzt oder wieso in den Infovideos ein Anton am Rand ist da denken alle war es Endon Seaday oder was macht ein Video hier Evoli Seaday und ganz groß ist da ein Anton da und da denken alle war es wo Endon Seaday er ist wohl gerade bei seiner Oma die Oma zockt wohl auch Pokemon ja das auf jeden Fall ein sehr sympathisches Kerlchen muss ich dazu sagen auch wenn er so schreibt er hat ja mal gesagt er ist 15 oder irgendwas aber der drückt sich einfach richtig vornehm gebildet höflich aus als tu den meinen Keller rein den kannst du so nicht auf die Welt loslassen aber unser Hans Werner was er ist 11 der ist ja noch schlimmer dass er mit 11 einfach schon wirkt als als wüsste er ja weiß ich nicht ich habe einfach richtig guten Eindruck von ihm deswegen Grüße gehen raus an unseren Schilling 3 falls er das sieht oder die Eltern die das sehen ich habe da auf jeden Fall fein gemacht ein gut erzogener junger Mann und das ist nicht selbstverständlich heutzutage 3 Minuten 3 Minuten 3 Minuten Buford und Juell schaffen wir es jetzt beim Buford 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 wenn Buford nichts ist haben wir noch Juell Buford 18 wieder 4 ist mir trotzdem zu knapp schauen wir mal bei Juell rein obwohl da glaube ich wieder der Thomas unterwegs ist oder sie sind zusammen unterwegs da muss ich mich nachher erkundigen da sind es 15 da intergiere ich wenigstens mit Thomas und Juell gleichzeitig die müssten ja beide in der Lobby sein egal ob man da mitgenommen wird oder nicht Juell mhm schreibe ich immer XX Juell XX aber ich glaube das ist OO Juell ach keine Ahnung irgendwas wird schon passen ich muss es mir eh dann raussuchen er ist gerade bei seiner Oma Schilling 3 ich meine er ist erst so 11 Jahre ja so wie er sich ausdrückt meint man er wäre älter hat mich am Anfang auch gewundert ja das ist der nächste Edward Snowden ich sag's dir der hat sich bestimmt ja naja hab letztens erst den Snowden Film geguckt war mir ein bisschen zu 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 aufwühlend alles hat jemand von euch den Snowden Film geguckt oder sich damit beschäftigt ja mit dem ganzen Überwachungszeug und alles hin und her CIA FBI hin und her und dass der gesagt hat das kann nicht sein die armen Menschen ich werde mein ganzes Leben aufgeben nur um das ans Licht zu bringen auch wenn ich dann der meistgesuchte Mensch der Welt bin und ich einfach Staatsfeind Nummer 1 bin also da gehört auch eine ordentliche Portion Mum und Bums dazu in letzter Zeit ist eh komisch sonst guck ich sonst guck ich immer nur so plumpe Action aber in letzter Zeit bilde ich mich gefühlt immer ein Stück weiter bei den Sachen die ich in letzter Zeit schaue so und es ist 82 jetzt ist es aber schon 19 Uhr das hat keiner gesehen kann ich noch einen annehmen zocky mal 18 bis 19 Uhr es ist noch eine da es ist nicht 19 Uhr 1 das ist der letzte Raid falls der stattfindet und so wie es aussieht findet er nicht statt weil ich alleine bin mit ihm wohl ja dann hat sich das ja erledigt und wir haben hier noch theoretisch 4 Raids am Start nebengedrückt oh was hat sich hier Chevy hat sich aufgetan zählt Chevy noch dazu es ist immer noch 19 Uhr und wir sind drin jetzt ist 19 1 gut Chevy kriegt noch einen Punkt dann könnte ich mich aber aufmachen schon mal Leute zu suchen für den Abschluss Raid falls jemand mitmachen möchte wir müssen nicht wir können aber Chevy jetzt muss ich mir hier dieses ähm habe ich mal in der Nachricht hingeschrieben erstmal speichern Abschluss Raid wer mit mir befreundet ist ja und den Abschluss Raid mitmachen möchte schreibt jetzt bitte mal seinen Ingame Namen rein Skyfall haben wir da Shania Luke 01 haben wir auch da da kommen sie die die ganze Zeit ruhig sind und nichts sagen jetzt müssen sie das schweigen brechen also haben wir schon mal 3 Henry Niki aber 4 nur wenn nicht genug Leute am Start sind Mio Wifi Mio Wifi ich weiß nicht wie spricht man das denn aus kannst du mir mal hinschreiben wie man das ausspricht das geht aber leider nicht weil wir nicht befreundet sind oder haben wir gesagt wer mit mir befreundet ist du musst erst in die Liste kommen aber wenn du es schaffst bis nächste Woche Mittwoch in die Liste zu kommen kannst du dann natürlich dabei sein und mitmachen schade sonst regen sich ja wieder die Leute auf und sagen ey Betrug warum nimmst du denn da die Person extra an das machst du sonst nie vielleicht war wir zu wenig Sinn ich meine wir sind ja wären genau 5 gerade Skyfall Genaya Luke Henry Mio Fai das I redet man nicht Mio Fai Master Gossi bin ich mit Master Gossi befreundet ich weiß es gerade nicht ich habe keinen Durchblick gerade sonst müsste ich höchstens wenn ich Mio Fai sehe in den Anfragen halb kurz annehmen in den Raid reinpacken aber danach direkt wieder löschen und dann musst du eine neue Anfrage senden dass ich die dann irgendwann annehmen kann wenn ich Platz habe aber dann müsste ich dann Genaya rauslassen und Mio Fai an dann wären wir 5 mit Master Gossi zusammen wenn Genaya sagt nur wenn es nicht genügend sind du hast mit deinen XL Bombs schon zusammen ich dachte du brauchst ganz dringend Palkia Raids so ist jetzt hier noch was Buford und I'm Asia Tick mach mal den Asia Tick noch rein Mio Fai hast du mich geedit hast du mir eine Einladung geschickt wenn du jetzt sagst ja du hast mir heute eine geschickt und wartet nur drauf dass ich vielleicht heute Abend annehmen dann würde ich dir vielleicht der Genaya ihren Platz geben jetzt in dem Raid wenn du mir noch keine geschickt hast dann schick mir mal bitte fix eine weil sonst kann ich wo 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 wir wollen ja nicht so sein so hier ist mein trainer code also wenn du es schaffst jetzt fix eine anfrage zu schicken dann würde ich skyfall luke henry nicki mufi master gossi einladen dann habe ich genau fünf die genaia muss ich nicht opfern und so wie es aussieht ist es wahrscheinlich dann auch der einzigste den wir machen können weil ja eben keine leute da sind außer genau diese fünf wollen danach noch einen machen das würde theoretisch auch funktionieren der eine mit sechs minuten ist eh gleich abgelaufen dann sind statt vier nur noch drei da also maximal drei könnte man machen aber ich knurre jetzt eh so lange rum dass wahrscheinlich gar keiner mehr da ist und wir gar keinen mehr machen können gucken wir es uns dann mal an nehmen wir die fünf mufi hat jetzt Zeit kurz die Anfrage zu schicken dann tippe ich die kurz rein das heißt das mache ich direkt dann jetzt nach dem Raid ich werde jetzt nicht auch wenn noch eine Anfrage da ist von jemandem werde ich die jetzt nicht annehmen habe geschickt ich denke ok mal gucken ob das gleich funktioniert 2233 nimmt man mit könnte ja noch ein shiny sein ein shiny gab es heute in der Raid Stunde nach nächster woche ist noch eine Raid Stunde da bin ich mal gespannt ich bin auch wieder auf der Statistikseite jetzt hier gelistet worden ist kein shiny so ich gucke ich gucke gar nicht nach wer es ist mufi 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 steht hier also 5 sinn skyfall 0 1 lou henry mufi 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 Nehmen wir den, der ist 28 Minuten da, ist der zweitkleinste 91er shiny, Glückwunsch Laden schnell ein Ich sehe immer noch nicht Welche Leute am Start sind Fix noch heilen Das ist auch was, was die Leute trotzdem unterschätzen Ich meine, viele sagen Ich bin zwar mit Ramses befreundet Aber der nimmt nie meine Einladungen an Und alleine schaffe ich keine Raids Aber jeder, der mit mir befreundet ist, hat ja die Möglichkeit Bei Raidmania am Ende Einfach Dabei zu sein und mitzumachen Und dann hat man ja garantiert einmal in der Woche Die Möglichkeit mit mir zusammen Raids zu machen, wenn man da ist Aber meistens sind gefühlt Immer nur 5 Leute da Die machen einen Raid Und mit Auf Biegen und Brechen Sagen sie, ach komm, dann machen wir halt noch einen Damit du nicht traurig bist Aber bei 3 Raids könnten 15 Leute eigentlich raiden Weil dann würde ich sagen Gut, der hat eben den gemacht Also lassen wir jetzt jemand anderes Aber Es ist ja meistens keiner da Jetzt liegt es gerade dran, weil keiner Bescheid weiß Dass wir überhaupt auf Twitch sind Aber selbst bei YouTube Sind die Leute Laden, äh Schalten alle ein Lad mich ein, lad mich ein Ich lade mich ein Erst am Ende Ja, dann gehe ich jetzt Und dann am Ende ist halt keiner mehr da Na Das Das ist auch das nächste Problem Hiero 1965 Sind wir befreundet Tut mir leid, wenn ich das gerade nicht weiß Name Kommt mir jetzt Ist jetzt so Ein bisschen so unbekannt Aber Hab dich geettet Wie konntest du mich denn adden Wenn ich eben Die Mieze Katze angenommen habe Das Das MewFi Dann sind ja eigentlich die 400 voll Und man kann gar keine Anfragen mehr schicken Außer Du hast Das war aber die letzte Anfrage Die da stand Oder hast du schon Vor ein paar Tagen geettet Das erschließt Das erschließt sich mir gerade nicht Normalerweise wenn ich die jetzt angenommen habe Und habe die 400 Anfragen voll Dann kann man glaube ich gar keine Freundschaftsanfrage stellen Weil dann dort stand Dass Dass derjenige Die Liste voll hat Die Freundschaftsliste ist voll Man kann keine Anfrage stellen Und wenn die Liste nicht voll ist Gibt es ja ein Maximum von 200 Anfragen Die man erhalten kann Naja egal ich Ach geht also gar nicht Da müsste ich Adi jetzt Hör doch mal auf dich da an dem Handy rum zu machen Die ganze Zeit Da müsste ich höchstens Wenn du Bock hast Wenn wir es jetzt beim MewFi so gemacht haben Dass die adden darf Für den Raid Und ich die danach rausnehme Dann lösche ich die fix Und du musst mir fix Mich dann adden Wenn ich die gelöscht habe Adi hofft dich immer zu Überall dran rum zu reiben Also wenn ich gefangen habe Lösche ich die raus Dann schickst du eine Anfrage Dann kann ich dich annehmen Und so lange schreibe ich mir die anderen ab Wie du brauchst nochmal den Code Der steht doch da Kann man da nicht scrollen Warte mal Lass mal Adi hier hinten am Po rumwühlen Kopieren Einfügen Und jetzt komme ich nicht hin Da müsste der Code sein 20 9 5 9 3 4 6 3 2 4 9 Halli Schatz Alles Gute Ja Kleiner Lausi Lausi Mach mal Schnurrgeräusche ins Mikrofon Wenn die Leute denken Dass du dich wohlfühlst Dabei stehst du hier unter Siehst du schon wieder total vernebelt aus So Und Mew Mewfy für dich auch Wenn ich dich jetzt gelöscht habe Kannst du dann gerne Trotzdem aber nochmal Adden Sobald ich wieder Platz habe Dann kann ich dich ja vielleicht mal Direkt in die Freundschaftsliste aufnehmen Es ist nur wichtig Dass ich diesen einen Platz Immer frei habe Dass überhaupt Anfragen kommen können Ihr seht das ja jetzt hier beim HNO Arts Dass das sonst nicht geht Beim Hero meine ich Mann Ja Aber wir sind Wir sind doch zu wenig Leute Oder Das würde ja gar nicht gehen Wir sind ja nur Shenaya Lukas Hero Methylen Wir brauchen noch einen Aber bis der Hero Dann geedit hat Vielleicht ist ja einer Aus der ersten Lobby da Der sagt Er macht auch noch einen zweiten mit Das könnte natürlich auch sein Ach Hansa Rostock Dann heißt es jetzt bei mir Nicht Hero Sondern Haro Für Hansa Rostock Ja Wieso nicht So Jetzt gehe ich kurz hier rein Und tu das Mio Miu Mufi Raus Löschen Damit du Monsieur Hansa Rostock Jetzt eine Anfrage schicken kannst Waren jetzt hier noch welche da Der Buford Ich gucke nochmal kurz nach dem Buford wieder nur drei ja gut, ich schreibe euch jetzt erstmal hier, der Hansa Rostock hat geschickt das sind also jetzt Shania Lukas Minkus der Hansa Rostock der Methylen und Master Gossi dann haben wir nochmal fünf und Hansa Rostock für dich auch dasselbe ich sag ja immer, mich hätten Chevelinchen, mich hätten so viele Leute und meistens weiß ich nicht wer das ist wer dahinter steht oder sonst was deswegen bin ich ein Fan davon wer im Stream dabei war und sich irgendwie bemerkbar gemacht hat und ich sehe jetzt, ah Hansa Rostock auch wenn ich dich jetzt in dem Moment dann nicht behalten kann würde ich, wenn ich deinen Namen, deine Anfrage nochmal sehe die Tage und ich wieder Leute annehme weiß ich dann, ach mein guter Freund der Hansa Rostock hat wieder geedit den nehme ich jetzt an dass er drin bleiben kann wenn ich mehr Platz habe ich hoffe ihr seid jetzt alle fertig ich gehe jetzt rein und lade ein so jetzt fängt das wieder an gut ich lade nicht ein wenn du nach dem Stream ein paar Minuten hast ruf mal an gucke ich mir gleich an jetzt habe ich wieder das große Problem dass sonst nämlich wenn ich hier stehe immer kein GPS habe zu Hause muss extra mit GPS Joystick mich bei mir selbst zu Hause hin beamen damit ich überhaupt Empfang habe wir starten es mal kurz und entweder habe ich jetzt Empfang und ja Map ist aufgetaucht das sieht gut aus achso ich muss noch hier drauf war ich jetzt schon da drin oder war ich nicht drin 23 so gehen wir nochmal hier rein und gehen nochmal raus und gehen nochmal neu rein weil es nur noch 50 Sekunden übrig waren jetzt dürfte die App aber nicht crashen haben Hansa Rostock Master Gossi Lukas Mithylen Schindaya eigentlich sind es ja eh 5 neue also 5 die eben nicht dabei waren also müsste ich ja gar nicht fragen ob die Leute fertig sind weil es ja 5 andere sind außer Master Gossi aber Master Gossi hat ja selbst den Namen nochmal reingeschrieben also wird sie wohl fertig sein gehe ich mal von aus um jetzt eben da mitzumachen so einmal kurz Mithylen Schild wird mir angezeigt mal bei mir auch HALNASEM ich hätte ja mal hier reingucken können wer da ist das haben wir doch hier diese Funktion ne der Heisel und der Moonlight sind da und ansonsten haben wir hier Foxy Akemi a.k.a. a.k.a. Alex Apollo Atlantik Chevy Art Commander Ruth Kulidita Ayal Bakovic Feuerfaust Fixlarven Fragilities Have Have Diss Yannick Genaya Jacobi Kajong Master Gossi Mazofix Minkai Otacon Quentin Derentino Schmatti Skilled Skyfall Sowjetunion Sowjet Uwunation Bliad Trinchen Okay Da finde ich auf jeden Fall Erkriege richtig Angst Bei manchen Namen Finde ich mich gleich eingeschüchtert Bitte macht keinen Scheiß Weil noch ein Raid da ist Probieren wir es noch Ob wir vielleicht sogar den dritten Raid als Abschluss Raid auch noch hinkriegen Vielleicht möchte ja ein Herr Mazofix mal mitmachen Oder sagt Ne danke Ich hab schon meinen hunderter gemaxed auf 50 Also wenn wir es noch hinkriegen dann machen wir den dritten auch noch Ansonsten ist das halt dann jetzt der letzte Feuerfaust Bin die ganze Zeit da Achso Anrufen Was heißt mal die Anrufen Wir haben doch noch nie telefoniert oder Wir tun doch immer nur so 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 Über Discord So Ja das ist auch Anrufen Aber Es ist halt nicht so Anrufen Wie wenn man einfach das Handy nimmt und wählt die Nummer von jemandem Und sie dann auf der Telefonrechnung Und sie dann auf der Telefonrechnung Dass man denjenigen angerufen hat So Henry Niki hat sich schon mal eingetragen Für den letzten Raid Mazofix Hat sich eingetragen Für den letzten Raid Das heißt wir haben schon zwei Leute Wir haben noch drei Plätze frei Theoretisch Wenn wir das jetzt zweimal schon so gemacht haben Könnte man auch einen Platz Jemanden geben Der gar nicht in der Freundschaftsliste drin ist Der aber jetzt für den Raid Ätten könnte Beziehungsweise gleich So wie wir es beim Hansa Rostock gemacht haben Und so wie wir es beim Äh Bei Mew Mewfy 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 So ein Durcheinander So viele Namen So viel Zeugs Ich meine Ja es sind nicht viele Leute da Aber Puh Das ist ganz anstrengend Hier ne Stellt euch mal vor Ich hätte jetzt heute ein Bier getrunken Ja Könnte ich jetzt gar nicht mehr Das mir alles merken Luke Ist auch dabei Als Nummer drei Ist denn jemand Im Stream Gerade hier drin Der mit mir Nicht befreundet ist Aber gerne den Abschluss Raid mitmachen wollen würde So wie es Mewfy Und Hero auch gemacht haben Jetzt nenne ich ihn einfach wieder Hero Ist kürzer Geht schöner von der Lippe Jetzt müssen wir uns sogar anstrengen Beim Fang 22.16 So Methylen Und Hero Am liebsten würde ich den gleich drin lassen Das geht ja nicht Ich muss Wenn ich den Stream verlasse Muss ich 399 Freunde haben Damit die zwei Wieder ne Anfrage schicken können So Kreis einstellen Werfen Einfach fabelhaft Ihr seht Es ist so wie es ist 22.27 Das sieht gut aus Das sieht gut aus Das ist auf jeden Fall mehr als ich Digga hüpft doch nicht die ganze Zeit Ja Wie willst du damit beeindrucken Machen Der hilft halt immer noch Der hat heute wirklich Hummel im Hindern Aber wir lassen uns ja nicht ärgern Das heißt wir stellen jetzt einfach den Kreis ein So wie ich sie das mal sage Stell den Kreis ein und werft einfach wenn er angreift So Er greift an Und wir werfen natürlich zu kurz Schenaya ist dann Nummer 4 Henry, Mazofix, Luke, Schenaya Also ein Platz wäre noch frei Und Tyler Klar gerne Ramse Sind aber nicht befreundet Dann musst du mir deinen Ingame Namen mal sagen Und mir ne Anfrage schicken Dafür muss ich aber erst den Hero rauslöschen Ich schick dir jetzt kurz hier den Trainer Code von mir rein Du addest mich Wenn ich den rausgeschmissen hab Monsieur Feuerfaust Und Warte das mach ich jetzt zuerst Siehste da ist ein Geschenk Der hat gar kein Geschenk geschickt Deswegen lösche ich ihn jetzt So jetzt Feuerfaust Kannst du mit dem Code Mir fix ne Anfrage schicken Und dann kannst du den letzten noch mitmachen Du bist der Völler Ich schreibe mal kurz mir hier also auf Mazo Genaya Henry Wir sind die Nachricht Luke So jetzt wird's V-O-E Dürfte es denn als Völler finden Wenn ich's annehme Nochmal kurz rein und raus Dass es aktualisiert wird Völler 26 Das heißt wir gehen gleich auf den letzten Beim Buchwort probiere ich's jetzt Nicht mehr weil Vier mal oder so war ich glaube ich bei ihm drauf Und immer waren's halt nur drei Leute Deswegen lassen wir's jetzt einfach mal weg Ich mein der hat einen guten Account an sich Aber Ich vertraue den Leuten mit denen er zusammen da rumhängt Nicht Die gehen dann immer raus und lassen mich da hängen Oder er macht gerade wieder Raids mit Spiele Trend Ja Das war ja auch schon mal Vielleicht wollt ihr deswegen einladen Weil der Schilling in der Lobby ist Damit er wieder hier mit reingezogen wird Jetzt haben wir euch fünf auf jeden Fall eingeladen Müssen das Team hier wieder beleben Eins Zwei Drei Hier vier Jetzt können wir entspannt uns zurücklehnen Gucken dass sie noch reinkommen Wie lange bist du noch auf YouTube gesperrt? Bis Montag Am Montag Letzte Woche hat es angefangen Zwei Wochen Das heißt Diese Woche Montag War eine Woche um Das heißt ja eigentlich Dass Nächsten Montag Jetzt nach dem Wochenende Die zweite Woche um wäre Und ich wieder frei sein müsste Dann muss ich alles nachträglich hochladen Was wir jetzt hier gemacht haben Auf Twitch Und was ich sonst noch nebenbei gemacht habe Ich hoffe mal Das zählt auch so Weil die Sperre kam irgendwann so 14 Uhr 15 Uhr Irgendwann so Nachmittags Dass das dann um die Uhrzeit Auch wieder frei ist Und nicht dass die sagen Der hat am Montag eine Sperre bekommen Wir warten zwei Wochen Und Dienstag Darf er dann wieder Also so ab 0 Uhr Mitten in der Nacht Jetzt ist Nicht mehr Montag Jetzt ist Dienstag Jetzt darf er Das fände ich dann Ein bisschen doof Also kann man am Montag Wenigstens chill mit Ramses Machen Und zusammen dann rum Hängen und labern Mama Mutschka Und Gladiator XXL Sind drin Wer auch immer die sind Habt ihr die eingeladen? Das geht eigentlich gar nicht Weil ihr könnt ja Wenn ihr eingeladen werdet Könnt ihr niemand anderes einladen Zwei blaue Beide Level 41 Ist wohl auch Mann und Frau Ne Wie man hier so schön sieht Mit Hut Bubi Schatz I'll be back Aha Muss ich jetzt an Terminator denken Wo die halbe Fresse weghängt Pupsi Du willst bestimmt nochmal telefonieren dann Oder? Beziehungsweise nicht nochmal Weil wir haben ja noch gar nicht telefoniert Aber du willst bestimmt dann Telefonieren Aber ich habe ein wichtiges Business Meeting Im Mans Room Wer Sehr verdächtig geguckt hat Der weiß um was es geht Mans Room ist einfach nur die Toilette Nein ich habe ein wichtiges Business Meeting Thomas hat gesagt Ob ich vielleicht nach dem Stream Kurz Ein paar Minuten Zeit hätte Deswegen Ich würde kurz mal abchecken Was da abgeht Und dann Kann ich dich abchecken Weil Du gehst erst um 8 ins Bett Da reicht es ja Wenn ich dich Dreiviertel 8 anrufe Dir noch eine Geschichte erzähle Von mitten im Leben Außerdem Denk dran Heute Abend kommt wieder Raw Heute kommt wieder The Almighty Bobby Lashley Ja Macht wieder alles kaputt Und der John Cena Auch in the Building Nur eine Geschichte Ja nur eine Denn in meinem Buch Sind nur 365 drin Und wenn ich dir an einem Tag Zwei vorles Dann habe ich an einem anderen Tag Keine mehr Du bist bei mir Zweimal reingekommen Tyler Wer bist du denn Beziehungsweise Warte mal Ich sage dir gleich Wer du bist Ich gucke nämlich einfach Wen ich heute aufgeschrieben habe Und bei wem der 2 steht Ich habe heute da stehen Margot FedEx Das bist du nicht Lukas Mingus Das bist du eigentlich auch nicht Also bist du Black Sea Affe Oder du bist doch Lukas Mingus Und wer bist du jetzt nun Vorhin hat Lukas Mingus Doch geschrieben Das war doch aber nicht Tyler Oder Jetzt muss ich wieder hoch Wo steht denn das hier Ne Mingkai 83 War Lukas Mingus Laut meiner heftigen Tabelle Wo ich mir alles aufschreibe Hat Black Sea Affe Zwei Punkte Wenn du sagst Ich war zweimal bei dir drin Dann müsstest du ja Nach dem Ausschlussverfahren Black Sea Affe sein Wow Seht ihr Da habe ich doch übelst den Durchblick Und dafür sind Statistiken eben gut Jetzt habe ich mich durch den ganzen Stream durchgewühlt Und habe gesehen Das ist der Das ist der Und das ist der Braucht mir gar keiner was sagen Braucht mir keiner was vormachen Habe ich alles auf dem Schirm Wer hier wer ist Und warum wer wer ist Ne das passt aber Es war auf jeden Fall auch sehr spannend Weil Kannst du nochmal kurz dazu sagen hier Der Bufford hat ja schon 3 Punkte Der Lukas hatte einen Der Lukas hat aber heute 2 geholt Das heißt Lukas und Bufford Haben jetzt beide 3 Punkte Und sind ganz oben dabei Der Bufford hat 4 mal eingeladen Und 4 mal Ist es nichts geworden Stellt euch mal vor Der Bufford hätte 4 Punkte geholt heute Dann hätte er jetzt schon 7 Wie will man den dann noch von der Spitze Darunter kratzen Also ich finde es auf jeden Fall Raid Mania ist mein absolutes Lieblingsformat Auch wenn viele sagen Das ist voll doof Weil Da haben wir ja nichts davon Wir die normalen Zuschauer Wir wollen dass du uns einlädst Und dass wir raiden können Warum spielst du denn selber Spiel doch was anderes Aber andere Die zeigen ja auch nur Wie sie spielen Und die machen nie was für andere Und das ist auch ok Das wird akzeptiert Deswegen muss man halt am Mittwoch Als So anderer Zuschauer Mal in den sauren Apfel beißen Jetzt wäre ich fast bei Margo FedEx noch rein Aber mit dem habe ich ja heute schon gemacht Mich interessiert jetzt nur mal kurz Die Lobby vom Hacker Mit dem Hacker bin ich nämlich Heute auch aufgestiegen Auf Hyperfreunde Damit ich schon mal weiß Geht beim Hacker was Hat der Leute am Start Sind da viele Oder ist das auch nur so 2, 3 5 Bei 5 weiß ich halt wieder nicht Die Level und alles Und bei mir sitzt alles tot Mein Glücksei sitzt auch um 44.000 Punkte gab es noch Hier da dazu Ich lasse es jetzt einfach weg Margo FedEx Tut mir sorry Aber es gab ja eh nur Von 18 bis 19 Uhr Punkte Und Da Mufi Und da Den muss ich ja jetzt auch wieder raushauen Hier Unseren Unseren Völler Aber Völler auch für dich Der Name ist mir jetzt hier Auf dem Bildschirm aufgetaucht Das heißt du kannst jetzt auch Nochmal erneut eine Anfrage schicken Und wenn ich mal wieder ein paar Leute los werde Dann kann ich natürlich Euch dann mal annehmen Ich habe ja schon gesagt Heute hier dieser Alomo Der hat mir nichts geschickt Dem kann ich auch nichts schicken Dem habe ich schon was geschickt Wenn der bis heute zum Beispiel Bis heute Abend nichts geöffnet hat Oder nichts schickt Fliegt der direkt wieder raus Genauso wie dieser Money Und vielleicht habe ich noch ein paar andere Die heute Abend rauskommen Und für jeden den ich jetzt lösche Brauche ich eh wieder einen anderen Der wieder mit reinkommt Das ist dann eure Chance Dann würde ich gerne nämlich So ein paar Leute da in meiner Liste noch haben Die jetzt heute hier dabei waren Gegen Ende Das war es jetzt im Prinzip Von meiner Seite aus Da hat jemand Meilensteine erreicht Für jemanden der über das Empfehlungsfeature reinkam Das sieht man ja meistens nicht Welches Empfehlungsaccount sind Und wer nicht Bin ich auch jedes Mal überrascht Wenn ich dann Da so eine Nachricht kriege Ich ändere jetzt erstmal meinen Namen Herzlichen Dank für den unterhaltsamen Stream Bin aber weg Schönen Abend noch Kajong Der tollste Bubi ist mein Bubi 98er 14, 15 Lukas war ich So Dann war es das jetzt wirklich Von meiner Seite aus Ich wünsche euch noch einen schönen Abend Guckt heute Abend Wrestling Wenn ihr Wrestling-Fans seid Und ansonsten sehen wir uns morgen Bei Rates für Zuschauer wieder Mit dem Thomas Da könnt ihr dann wieder Scaraborn und Kangama raiden Da raide ich selber nicht Wir laden euch dann nur ein morgen Scaraborn Kangama Fertig Das war's Peace out Vorhaut Euer Ramses Bis schon Bye Ich José Ich Junge Ich rede Ich bin